Das macht dann 132 Euro, wenn ich bitten darf. Ganz an du, der Fluch der Gacke! Wie kann das sein? Wie geht man einmal ankaufen und dann das Geld bezahlen? Wie viel Geld kriege ich von den Arsch? Wie geht's? Kann ich doch nicht leben? Wir wollen von jetzt dann, wir können gar nicht mehr irgendwas bezahlen! Wir wollen von jetzt dann, wir können gar nicht mehr irgendwas bezahlen! Skrupellos, der Profitgewinnen werden Bilanzen geflascht und an Liga getäuscht. Fuck, das ist Betrug im ganz großen Stil. Das dingste Ding, was jemals lief, doch euch Schrecken hat es nicht verscheucht. Inflation, entwertet den Wert, die Bank kassiert und verdient in der Rezession. Am Leid der Menschen, fuck, finanzieren sie, wenn es nicht lohnt, sogar deine Revolution! Wenn die Profitgier steigt, sinkt die Toleranz. Zertrink in dein Vermögen oder bring es zur Bank. Es ist doch krank, dass ein Mittel so viel Macht hat, die Macht hat der mit dem höchsten Kontostand. Und deshalb gibt's Korruption und Geldwäscherei. Jeder will Vermögen, aber kann ein schwarzes Schaf sein. Und die Last tragen die Schwachen, die sehen müssen, wo sie bleiben. Dispo für 13 Prozent, wo die Banker sich die Hände reiben und freuen über die gewollte Vermögensverteilung. Der Kapitalist kauft Städte, der Privatmann wird enteignet. Die Wunden der Zeit halten nur der Wohlstand, strecken dich an. Sammelst zuhause jeden Cent oder sei krank und bringst zur Bank, dann bist du wieder ein Teil im System, wo du nur existierst, bis sie dir den Geldhahn zudrehen. Dann bist du wieder ein Teil im System, wo du nur existierst, bis sie dir den Geldhahn zudrehen. Der Wohlstand wird gar nicht mehr irgendwas bezahlen. Der Wohlstand wird gar nicht mehr irgendwas bezahlen. Der Wohlstand wird gar nicht mehr irgendwas bezahlen. Skrupellos, der Profitgewegen werden Bilanzen geflasht und ein Ligger getäuscht. Fuck, das ist Betrug im ganz großen Stil. Das dingste Ding, was jeweils lief, doch euch Schrecken hat es nicht verscheucht. Inflation entwertet den Wert, die Bank kassiert und verdient in der Rezession. Am Leid der Menschen, fuck, finanzieren sie, wenn es nicht lohnt, sogar deine Revolution. Jeder Cent ist mitten im Cent, verzinst Verlust. Über den am Ende nur der Banker grinst, der auf Verlust setzt und sich nicht selbst verwettet. Frau Merkel stimmt, wird mit Milliarden gerettet. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Sicher nicht nicht, sicher sicherlich nicht mehr stimmt. Das Geld ist wert, was der Planet ist pleite. Pack alles auf die hohe Kante oder beiseite. Tag X, der Tag wird kommen, Tag X, der Tag wird kommen. Seien kein Cent für eure Krise, welche diese wie jede dieselbe ist. Am Ende ist der kleine Mann immer angepisst. Mann, was soll der Mist? Verdammt, diese Penner bunkern unsere Kohle und das im eigenen Keller. Banken sind nicht sicher, Banken gehen pleite. Banken fotzen Stricher, ich steh nicht auf eurer Seite. Wir wollen mal den Mann für gar nicht mehr, irgendwas bezahlen. Wir wollen mal den Mann für gar nicht mehr, irgendwas bezahlen. Wie kann ich dir helfen, junger Mann? Ich hab 100 Dollar von meiner Oma bekommen. Ich soll das Geld anlegen, damit es sich über die Jahre vermehrt. Nun, das ist doch fantastisch. Eine wirklich kluge Entscheidung, junger Mann. Wir legen das Geld in einen Kapitalmarktanlagefonds, dann werden wir das Geld in ausländischen Währungskonten investieren, um höhere Zinsen zu generieren. Und es ist weg. Äh, was? Es ist weg, es ist alles weg. Es ist grubelos, der Profitgewegen werden Bilanzen geflascht und an Liga getäuscht. Fuck, das ist Betrug im ganz großen Stil. Das dickste Ding, was jemals lief, doch euch Schrecken hat es nicht verscheucht. Inflation entwertet den Wert, die Bank kassiert und verdient in der Rezession. Am Leid der Menschen, fuck, finanzieren sie, wenn es sich lohnt sogar deine Revolution. Inflation entlangstert ein Geld, das für Molly installiert. Ich habe alle zwei Teile, die Bank kassiert und verdient in der Rezession. Inflationrite einen Bilanzen, der Bank der Bankkassiert hat, auf jeden Falle in der해선ung zu verwendeninnert einen Teile. Untertitelung des ZDF, 2020